Hallo liebe Zuschauer, ich bin auf dem Event von Queen Games, neben mir steht der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Und in den folgenden Sequenzen zeigen wir euch Nova Roma. Der Thomas ist der Experte, ich habe es auch schon gespielt und wir geben euch hier einen kleinen Überblick. Und hier seht ihr schon das Cover zu Nova Roma. Ja, ihr habt vielleicht schon an der Stimme gehört, neben mir steht der Thomas von Brave New World, quasi der Store Manager. Richtig, genau. Und da habe ich auch schon ein Video gemacht zu seinem Laden und wir können uns glücklich schätzen. Thomas, bei dir gab es die englische Version, bei dir gibt es auch viele Queen Games-Spiele, aber es gezählt sich was dazu. Das ist die deutsche Version von Nova Roma. Ja, und wie ihr direkt sehen könnt, vielleicht haben wir ein neues Cover bei der deutschen Version, beziehungsweise ist auch die französische und englische Version bei dem Spiel dabei. Und was ebenfalls neu ist in der Version, das seht ihr hier, dass wir jetzt für die Gefolgschaftskarten neue Illustrationen von Vemico haben illustrieren lassen. Vor allem mehr Karten ja auch, das war ja auch so ein Thema. Ihr habt mehr Karten jetzt auch beigefügt. Genau, also es war so, dass vorher gab es für vier Karten dieselbe Illustrationen und wir haben halt jetzt einzigartige Illustrationen für jede Aktion. Und hier war es auch noch zu sagen, dass alles, was ihr hier seht mit den Holzkomponenten, die sind noch nicht final, die ändern sich noch. Und im Kern, wer Nova Roma noch nicht kennt, es ist so, dass es darum geht, der Kaiser möchte ein neues Ruhm schaffen. Und das versuchen wir halt zu schaffen und über fünf Runden die meisten Punkte zu erzielen. Jede Runde wird ein Kaiser platziert auf den markierten Feldern. Und dann, wenn man am Zug ist, platziert man einen seiner Figuren und kann dann die Aktion entsprechend der Stärke machen. Und zwar kann man immer diese Aktionen nach außen ausführen und die Stärke ergibt sich immer durch seine eigenen Figuren und den Kaiser. Das heißt, in dem Fall dürfte man die Schifffahrtsaktion mit einer Stärke von zwei machen und die Bauernaktion auch mit einer Stärke von zwei machen. Außerdem versucht man dann, auf seinem Spielertableau gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dann verschiedene Ziele zu erfüllen. Das heißt, in diesem Beispiel müsste man zum Beispiel zwei Schifffahrtsverträge haben, um dann ein Plättchen hier drauf zu legen, das einem zum einen am Spiel eine zwei Punkte bringt und dann noch eine Ressource sofort generiert. Das Schöne an dem Spiel ist, es wird gleich am Anfang gedraftet, wer dir denkt, naja, da habe ich schon meine Strategie mit den Karten, mit diesen Plättchen, die anliegen. Also, ihr habt immer die Möglichkeit, gleich am Anfang zu draften, sodass man nicht immer die eingefahrene Strategie fahren darf. Richtig. Das kann man auch bei den Gefolgschaftskarten machen. Am Anfang empfiehlt man halt, die Karten einfach auszuteilen per Zufall, aber man könnte auch als erfahrener Spieler die Karten direkt draften. Und so ist das Kernelement halt recht einfach. Also, man platziert wirklich eine Figur, macht die beiden Aktionen nach außen und es ist halt alles miteinander so ein bisschen verschafft. Die Aktionen sind auch auf dem Board immer erklärt. Also, hier zum Beispiel kann man im Hippodromrennen fahren, hier hat man die Schifffahrt, da oben platziert man Gebäude. Und so versucht man sich in den verschiedenen Bereichen halt auszubereiten, um dann letztendlich nach fünf Runden die meisten Punkte zu erzielen. Es kommt ja hier besonders gut an, das Spiel, was man jetzt auch gemerkt hat. Also, mich begeistert es gewissermaßen auch, wobei es ist ein Ersteindruck, wo man auch mal dazu sagen muss. Und es wurde also für diejenigen, die die englische Version haben, durchaus lohnenswert, auf die deutsche Version überzugehen, weil durchaus einige Elemente angepasst wurden. Und der Reiz ist ganz klar auch da, sich hier quasi festzulegen. Man spielt ja über die insgesamt fünf Runden. Man setzt also immer seine drei Leute ein. Thomas muss man schon unterbrechen, wenn ihr was falsch sagt. Sagen wir so, ja, eigentlich nicht. Man setzt immer einen ein, dann ist der Nächste dran, setzt seine Figur ein. Und so geht es im Uhrzeigersang. Dann ist man wieder dran und setzt dann halt seinen zweiten ein und dann am Ende den dritten. Genau. Und gleichzeitig haben wir ja hier auf dem Tableau die Möglichkeit, sondern ich muss auch meine Ressourcen managen. Also auch hier nochmal ein wichtiges Thema. Ich kann hier Tableaus legen, um hier gewisse Eigenschaften zu aktivieren. Da denkt man sich ein komplexes Spiel. Ich empfand es jetzt nicht als Expertenspiel, sondern ein leicht gehobenes Kennerspiel. Es war nicht so, dass mich das erschlagen hat. Wie ist jetzt da deine Meinung dazu? Würde ich auch so sagen. Du hast halt wirklich durch das Element in der Mitte, das ist vom Grundprinzip recht eingängig. Auch dadurch, dass die Aktionen halt auf dem Board auch direkt erklärt sind. Aber die Komplexität entsteht halt dann durch die einzelnen Aktionen. Und hat ein bisschen, vielleicht der eine oder andere so ein bisschen was von Barcelona, so mit diesen Aktionen nach außen, aber dann doch einzigartig mit diesen Kombinationen. Weil vor allem kann man hier diese Sachen, die sind halt variabel. Das heißt, man kann nicht so eine Strategie fahren, sondern muss das immer abhängig davon machen, was halt gerade für Kombinationen ausliegen. Der eine oder andere könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist die Kombination jetzt nicht so toll. Deshalb gibt es auch eine Aktion, da kann man kopieren. Das ist halt auch ganz gut, wenn mal so eine Reihe oder Spalte komplett besetzt ist. Gerade bei vier Spielern, da hat man nochmal so ein bisschen Möglichkeiten, andere Aktionen dann zu machen, die sonst nicht zur Verfügung stehen. Und so ist halt alles, wie ich finde, sehr schön miteinander verzahnt einfach. Genau. Man sieht hier auch nochmal die Rundenübersicht. Also ich habe gerne immer so eine Rundenübersicht vor mir, weil da kann man das Spiel sehr gut erklären. Also hier ist alles schön dargestellt. Auf der Rückseite seht ihr dann auch, wie das mit der Schlusswertung aussieht. Das ist jetzt auch nicht erschlagend da als kleiner Hinweis. Also es wird so, dass es ein Punktesalat ist, wo man den hier hat. Und wie gesagt, ihr seht hier das Prototypen-Material. Und sofern alles klappt, gibt es das Spiel dann bei Queen Games am Stand auf der Messe in Essen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, schaut bei Brave New World. Fakt danach. Wir werden das auf jeden Fall im Brave New World haben, zu 100%. Aber wenn alles klappt, werden wir das auch auf der Messe in Essen anbieten. Okay, gut. Das war ein Eindruck. Thomas, dir herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns beim nächsten Event oder im Brave New World. Und wie gesagt, danke dir und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.